Eskalation Wolf gegen Luft Hallo Leute und herzlich willkommen Ihr habt so gut die Aufrufe bei dem ähm sozusagen Vlogs gemacht Die Vlogs sind Willcraft Vlogs 1 und 2 Jetzt kommt der dritte Ihr habt so gerade Aufrufe gemacht Schaut euch das einfach an Das war sehr lange her Also muss man das sogar googlen Also Willcraft Vlog 1 Und dann kommt mein schlechtes Bild von einer Werbung und ein richtig spannender Vlog Heute machen wir das nochmal nur dass ich keine Ideen mitgebracht habe also wird es sehr witzig sein Also meine Mission ist es Hühner zu holen und seine Mission ist es Lüchse zu holen Toll Ja Leute Aber egal wir werden mal ein bisschen randoms finden und dann singen So Leute wir haben eine äh Sarah gefunden und wie gesagt wir haben ein ja sie sind noch ein Video ich will nicht spielern ähm Link wir haben bemerkt also also mh ihr werdet sehen ob ihr ihn hört oder nicht also ja die hören nicht ich ich will nicht aber ich will nicht ich schreib mal hey Bello und warte wenn ihr und ihr müsst einfach nur in die Kommentare schreiben wie ihr heißt eigentlich bringt das gar nichts und vielleicht findet ihr uns mal in einem Server sehr selten weil wenn wir ein Video machen und wenn ihnen kommentare erster schreibt oder an 1 werdet ihr die grüßt und ich schreibe grüßt mich trotzdem weil wer als erster schreibt wer 1 schreibt oder erster die grüßt und wir werden das auch die anderen Leute ähm Kommentare lesen wie wir machen oh mein Gott das ist kein Loch im Pool oh Gott oh Gott okay ähm wir haben jetzt ein Ziegel umgebracht und Leute ich bin und geht in unserem Clan wenn ihr uns geht unser Clan heißt Adler Clan wieso das weiß ich nicht wir sollten Luchs Clan heißen ach Leute wir stellen einfach einen neuen Clan okay für euch okay Leute was der Bulle wie stark sind die einfach ja Leute wenn ihr mehrere Vlogs haben wollt lasst einfach Like mal bei 400 Abonnenten wenn ihr 4 Abonnenten macht dann werden wir echte Vlogs machen wenn ihr wirklich so 600 macht werden wir mit Tim welche machen und Leute bitte lasst ein Abo da wir machen das schon wir schaffen das alle also wenn ihr so ich erwarte eigentlich sehr viele Likes ähm bei 40 Likes bevor haben die 46 Likes gab bei 40 Likes Leute werden oh er wurde gekickt ja man bei 46 Likes werden bei 40 Likes werden die ne vierte Staffel machen bitte lasst ein Abo da und ein Like also ihr seht alles ist sehr sehr wichtig wenn ihr nicht wollt dann müsst ihr nicht liken dann macht dann weiß ichs aber Leute ihr müsst alle es ich weiß ich hab so wir werden so 1000 Aufrufe haben und so viel Prozente von euch werden das nicht machen wieso das weiß ich nicht äh wo ist Ben oder der wo ist Ben oder der wo ist Ben auch ich will auch so ein Hundi warum krieg ich sowas nicht Leute ich bin schon auch so ein Tierchen ich will diese flieder Mäuse nicht wo ich mir die beiden so ein Kalb ey hm oh dieses Hund ist so cute oh ich mach doch wisst ihr welchen ich mir sparen werde hm oh mein Gott oh mein Gott solche Kätzchen Leute ich hab gehört niemand hat solche Kätzchen fast wieviel Kristalle hat denn Bello Hadassoy musste essen bruh Kristalle hat denn Bello Hadassoy musste essen ja das war leider Sabrina äh ich sollte ihr schreiben aber machen wir das mal bitte nicht jetzt ähm jetzt wird sie mich anrufen und oh wo geh ich hin ne lele äh sorry Leute dass das ist passiert das ihr kennt das ja wenn ihr Freunde habt und alle wollen mit euch zocken das ist ich hab sehr viele ähm Wörter da 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 oh Bella schöner Name was ist das ist jetzt mein Haustier die Kuh da hä die Kuh das Kalb das ist die Mutter die Mutter oh mein Gott die Kuh die Kuh die Mutter oh mein Gott bei 4 5UL soll äh ihr habt jungen Groß Besuch verpasst äh bei 50 GT02 bei 50 likes machen wir bei einem Ding beim 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 departments Madame blog das ist ein leichter oder ein gericht mehr gericht gehabt mehr das sozusagen mit dem blog den habe ich auch den müsste wie wenn ihr mir schreibt es in die Kommentare 1 oder 1. Schreibt, werdet ihr hundertprozentig geguckt und wenn ihr schreibt, bitte googelt mich, dann werde ich das nicht vergessen. Dann mache ich ein Solo, damit Bellomir in WhatsApp schreibt, welchen Eskalation Wolf gegen Luch. Im nächsten Mal bei 40 Likes seht ihr, was passiert. Okay Leute, das ist lecker und dann werdet ihr gefallen lassen. Ciao und ciao.